Update zu machen von den Squad Battles. Also ich habe gespielt, wie gesagt, mit dem Team, wo ich jetzt so hatte, außer den Goalie eben und habe da echt gut durchgefegt. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan und ich habe auch das Team der Woche nur, also keine volle Punktzahl geholt. Und aktuell bin ich 256 Punkte von Platz 100 entfernt. Also mal gucken, ob da noch was geht. Wir machen jetzt mal den Refresh. Ob da was geht. 76, 81. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus, dass wir da überall volle Punkte holen. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir irgendwann das Ziel, in die Top 100 reinzukommen. So, das war es jetzt mal wirklich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.